Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so eine Kiwi eigentlich mit einem genialen Trick innerhalb ein paar Sekunden schälen und danach beliebig schneiden kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal brauchen wir ein Schneidebrett, unsere Kiwi, einen Löffel und auch ein scharfes Küchenmesser, denn mit einem stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Die Kiwi hat hier oben so einen kleinen Strunk und hier unten nochmal eine kleine Wulst und diese Wulst hier unten schneiden wir jetzt erst einmal einfach ab. Jetzt hier oben aber nicht komplett durchschneiden, sondern erst einmal so halb herum und schauen, dass man natürlich nicht durchschneidet. Also einmal komplett um die Kiwi herum einschneiden, was bei mir jetzt auch schon geschehen ist. Den Daumen hier oben auf den Strunk drauf geben und noch einmal etwas drehen und somit können wir nämlich dieses obere Teil auch schon abhebeln, wo dieser ungeniesbare Dorn mit drinnen ist. Als nächstes schneide ich die Schale hier oben von meiner Kiwi noch leicht ein und nun kann ich nämlich mit meinem Löffel hier oben hineingehen und einmal die Schale von dem Fruchtfleisch lösen, indem ich mit dem Löffel einmal noch komplett um die Kiwi außen herum gehe. Ich bin jetzt einmal komplett rum und wie du sehen kannst, die Schale hat sich wirklich super von meiner Kiwi hier gelöst. Es ist fast kein Fruchtfleisch mit dorten, so wie es auch sein sollte. Zum Schluss können wir sie jetzt entweder noch in solche kleinen Scheiben schneiden, welche natürlich auf einem Teller wirklich super ausschauen. Oder wir halbieren unsere Kiwi noch einmal, dass wir einfach einen schönen Stand haben und dann können wir sie nämlich in solche kleinen Streifen schneiden und anschließend, wenn wir möchten, natürlich auch noch würfeln. Das kommt jetzt einfach darauf an, wie man es am liebsten haben möchte. Und somit haben wir unsere Kiwi jetzt auch schon richtig geschält und dementsprechend geschnitten. Wenn du dir für zu Hause jetzt üben solche hochwertigen Küchenmesser, egal ob große oder kleine, Kochhandschuhe oder auch ein Profischneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in deinem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.